Hallo. Willkommen zurück zu Kingdom Hearts Final Mix. So, weiter geht's. Sie sind ja runtergefallen. Oh nein, herzlose Fug. Ich habe im Spiel gemerkt, dass es mir ein paar mal schon aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob es in der Aufnahme dann auch so war. Aber dass das Spiel so ein bisschen asynchron ist, kann ich nicht explizit sagen, worum das liegt. Äh, hat jetzt nichts mit dem Rechner zu tun. Vielleicht liegt es an der Capture Card. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Can't tell. Oh, du dicke Sau. Oh Gott. Please no. Oh Gott. Donut kriegt auch die Schnau... Schnauzen. Die Fliegen, die sind halt super garstig. Au. Sag mal. Lass dich mal hier fletschen. So, warte mal. Oh. Hattet ihr gesehen, was Gravitas macht? Da werden die Gegner so platt. Das ist bei dem Dicken besonders lustig. So. Da sind noch Heilkugeln. Däh. Wenn ich ehrlich bin... Hallo? Woher kommen die denn her? Kamera manchmal, ne? Ich will da hoch. Eben. Ein Elixier. Ziemlich geil. Waaaah. Jawoll. Oh nein. Scheiße. Das ist jetzt relativ ungeil, dass ich da jetzt runtergefallen bin. Hier sind erstens die ganzen Hearthosen hier gespawnt. Weil es jetzt nicht weiterhin schlimm ist, aber... Jetzt darf ich hier nochmal diese ganze Kletterpartie hier machen. Und wenn uns dieses Wasser hier trifft, dann werden wir ja... ...untergebroxt. Kann man da was machen? Nö. Ich mag die Musik. Die ist geil. Das ist so ein schöner Groove. Ja! Geschafft. Fancy Mithril-Erz. Oh, jawoll. Du auch. Ne, weißt du was? Freut nicht. Den Ärger... Den Ärger spare ich mir. Die kann man noch draufklettern. Ich hab grad sagen. Da sind doch auch noch Gegner. Dass der Zon so ein bisschen asikon ist, das verwirrt mich halt voll, weil ich nicht ganz genau passen kann, ob wir jetzt meine Schläge treffen oder nicht. Oh Gott. Das war nicht. Scheiße. Was war ich? Ich wollte eigentlich nur an die Kiste. An was anderes bin ich gerade nicht interessiert. Sorry. Die in der Mitte, die kriegen wir nicht. Da... ...muss man zu nem späteren Zeitpunkt hier her. Dann geht das. Oh Gott, ja. Hm. Ah, sag doch mal. Scheiße, ich bin doch tot. Okay, weg hier. Was ist denn das hier? Guck mal, wie ich hier feist angegriffen werde. Das ist mit ihm nicht richtig. Was hat der denn genommen? Kann ich davon auch was haben? Die Attacke ist geil. Die gibt es hier im Spiel eigentlich nicht, aber... Square Enix, äh, für ein komplettes Kingdom Hearts Remake würde diese Attacke für Sora als Ability machen. Fände ich ziemlich geil. Jetzt sind wir hier in dieser Schatzkammer. Au. Ich bin gleich wieder kaputt, ey. Warte mal, hier. Naja, gut, jetzt brauche ich das auch nicht mehr. Wegen einem kleinen... Lurchi-Mech-Lurch-Face habe ich hier... Aero-gar... äh, Aero-verschwendet. Schaffe ich das? In die Kiste? Nein! Ja, aber in die komme ich dran. Da sind Welpen drin, ne? Ne, Schutzengel. Auch geil. Mitril-Erz. Sehr gut. Hier müssen die Welpen drin sein, oder? Jawohl. Ähm... Ups, was war hier nochmal zu machen? Was? Er ist die gesamte Hülle durchsuchen. Das war eine Trio-Tech? Wusste ich nicht. Okay, aber... Das ist geil. Und er hier? Er guckt nur böse. Was war denn mit den Kristallen hier nochmal los? Ich glaube, damit musste ich irgendwas machen. Okay, die gesamte Hülle durchsuchen. Jetzt kommt die wieder. Habt's schon fast geahnt. Sag mal... Du... bist ein Penner. Weg. Auf so enger Fläche mit denen zu kämpfen, das ist halt massiv frech. Plättet ihn mal. Danke. Gesamte Hülle durchsuchen. Hm. Ja, in die Kiste komme ich nicht ran. Das weiß ich. Okay. Ah! Aha, hier bin ich. Fancy. Äh, warte mal. Wo ist das Trio-Tech da? Man sieht es halt auf dem blauen Boden fast gar nicht, ne? Öffnen. Ein Blitzragummi. Finde ich geil. Will ich haben. Äh, hier hoch. Wie ist denn hier jetzt? Äh. Ach so. Ja, okay. Ich geh nochmal kurz runter. Gibt es irgendwie ne Abzweigung? Ich weiß aber nicht, welchen Weg ich dafür gehen muss. Ah, da ist der. Hier muss ich runter. Ich muss diesen... ...Affen-Best und ... ...Affen-Kristall hier. Berühren. Nice. Ein Weg hat sich geöffnet, finde ich gut. Oh, der Relikte. Da ist noch ein Affe. Aber erstmal machen wir hier die Kisten auf. Blitzring. Ich würde Sora gerne eigentlich mehr Items geben, aber es geht leider nicht, weil er keine Items mehr ausrüsten kann gerade. Wo komme ich denn da rüber? Oder muss ich das so einen späteren Zeitpunkt machen? Ich weiß es nicht. Im Schwertschlag geht es nicht. Genauso wie... Ups. Genauso wie den Kristall da hinten, den kriege ich nicht. Bitten. Alter, die muss helfen. Ah. Ach, stimmt. Erleihen. Das heißt, ich muss aber zu einem Speicherpunkt. Oh nein. Ich will nicht runterfallen. Lass das. Die frechen halt mich hier davon ab. Oh, die haben das gedroppt. Ach ja, du wieder. Da oben ist... Au. Da oben ist eine Kiste. Aber in die komme ich auch nicht ran. Da ist eine weiße Triotech, da komme ich aber leider nicht hin. Wüste. Ah, hier geht es raus. Ich bin eigentlich mal so ein Speicherpunkt zurück. Aber jetzt extra dafür, nach Agrabah zu fliegen, hat überhaupt keinen Nennwert für mich. Weil er in der Höhle ja einer ist. Jawohl, ja. Wer hier rumtanzt, ne? Dreht ihr seine Pioreten? Er ist echt gerade ein bisschen vieler. Warum bekämpfe ich die überhaupt? Ich muss es doch gar nicht. Mein Grinden ist schön und gut, aber... Tut hier eigentlich nichts zur Sache. Ich will ja eigentlich nur zum Speicherpunkt, weil ich Aladdin brauche. Ich spreche das im Englischen einfach total geil aus. Jasmine. Aladdin. So, und nämlich... Wo bin ich runtergefallen? Ich glaube hier irgendwo. Genau. So. Äh, Gruppe. Dann tausche ich mir... Donald mal aus. Gegen Aladdin. So. Und jetzt... Muss ich wieder zurück. Dann in den nächsten Raum. Und dann runter. Klingt kompliziert, ist es aber auch. Aber eigentlich kann ich auch hier runtergehen. Gibt die Wege, die sieht man auf Anhieb nicht. Nur wenn man sich halt eine Ebene weiter runter begeht. Aber... Alles cool. Ich weiß, wo ich hin muss. Oh, der Relikte. Genau. So. Dann hier jetzt. Bitten. Genau, da fährt das Ding raus. Yay. Ziemlich cool. Ups. Statt auf Kreis auf X gedrückt. Meteor Gummi. Sehr cool. Und wir können sogar Wasserfälle hochschwimmen. Seht euch das an. So, bitten. Da ist die Truhe. So, und das können wir nämlich auch hier ohne Probleme... Testrakette. So viel Items, Junge. Ausrüstung. Aber alles, was ich anhabe, brauche ich. Wegen der AP halt, ne? Kann ich denn eigentlich eine neue Ability ausrüsten? Lektor. Dafür reicht's aber nicht. Die brauche ich, aber die ist wichtig. Auch für den Bosskampf. Ähm. Rufi. Schammer. Nö. Item. Ne. Ausrüstung. So. Maximum AP steigen geringfügig. Maximum LP. Maximum AP steigen geringfügig. Hab ich denn noch was, was Maximum AP steigert und mir noch was gibt? Gelande. Maximum LP und Maximum MP steigen geringfügig. Ferner war Blitzring. Blitzschäden. Alle Feuerschäden. Nö. Das ist leider nicht das, was ich möchte. So, hier werde ich nochmal speichern. Okay, jetzt können wir eigentlich wieder zu der Schatzhöhle gehen, weil ich glaube, jetzt hab ich alles gemacht, was ich machen muss. Weil wir mussten diese Kristalle da... Hilfe. Au. Wir mussten da diese Kristalle aktivieren. Ich hab jetzt ehrlich gesagt keinen Bock gegen jeden Herzlosen hier zu kämpfen. Das bringt's ja grad einfach nicht. Und zumal ich da, wie gesagt, keinen Bock habe, bei runterzufallen. Gut, die nehmen wir mit. Die sind ja eh auf dem Weg. Aber im Großen und Ganzen will ich hier jetzt nicht unbedingt grinden. Ich glaube, ich bin eh schon ein bisschen zu überlevelt für die ganze Sache hier. Hier. Jawoll. Geh kaputt. Ja, komm. Lan. Wow. Eine Potion Wie viel habe ich denn jetzt mittlerweile? So Als Äh, Truhe Zwölf Okay Sogar der Camper Zwei Stück Schutzengel Was macht Schutzengel eigentlich nochmal? Aberkraft steckt um eins Kann nur im Menü benutzt werden Okay Dann gebe ich es dir mal Sora Yeah Mega Äh Volle MP Heilung Der Gruppe MP Heilung Um drei Punkte Kann nur im Menü benutzt werden Hütte Zelt Ja Aber wir sind eigentlich relativ Noch gut dabei Ja Lass mich in Ruhe Hier kommen eh noch Gegner wieder Oder? Ja Ach Die fliegen jetzt auf mich zu Das ist der Trick daran Gravitas ist extrem stark gegen den Deswegen mache ich das öfters Das zieht ihm glaube ich die Hälfte Lebensenergie ab Oh Aufwärmkraft gestiegen Von Goofy Willkommen Mom Ja Die kleine hier noch weg Kann ich jetzt? Erst die gesamte Hülle durchsuchen Was fehlt mir denn noch? Ich verstehe es Warte mal Fand ich irgendwas von dem Feuer? Nee ich glaube nicht Das scheint mir Ich habe irgendwas vergessen Wo bin ich denn nicht lang gegangen? Ach hier Gibt es hier lang? Oh der Schatten Wie war ich doch? Da ist noch eine Nische Da ist nichts Okay Hier geht es Oh der Scheue Ah Da Ah Da ist der Letzte Und dann habe ich einen vergessen I'm sorry Diese lache ich bis nach oben Häng Jetzt My first wish genie Show me the keyhole Oh no Ich habe das keyhole gefunden Wie geht das nochmal auf? Ach da Der Affenkopf da Wie komme ich denn nochmal zu dem? Das weiß ich gar nicht mehr Ich weiß auch nicht Ob da irgendwas wichtiges war Halt Ich muss nochmal zurück Ich muss speichern Das ist der einzige Speicherpunkt Hier in Der Wunderhöhle Ort der Schatten Okay Yay So Und wieder zum Ort der Stille Und dann wieder nach oben Dann speichern wir nämlich Ein Stück Weg An den Herzlosen vorbei Ich weiß nicht Ob ich mich wiederhole Falls ja Müsst ihr es mir sagen Aber Wow Frech Ähm Will ich dir herzlos umgehen Weil ich jetzt nicht unbedingt Grinden muss Und ich keinen Bock Auf die Kämpfe habe Ich meine Kämpfe im großen Stil Werden noch auf jeden Fall Genug kommen Da muss ich das jetzt nicht Auf Teufel Komm raus Erzwingen Ich habe ja vorher Ausgiebig in Trevor's Town Gegrindet Gegner hier bis auf ein paar Sind zwar lästig Aber keine Gefahr für mich Gehen willkommen Oh noch ein Zelt Das ist geil Ach hier ist jetzt ein neuer Speicherpunkt erschienen Okay Das wusste ich nicht Okay Oh warte Warte halt Bitten Bitten Yeah Blitzgargummi Voll gut Jetzt habe ich hier Eigentlich alle Kisten Eingesammelt Eingesammelt Deswegen extra speichern Muss ich nicht nochmal Das ist Das ist Das ist Er ist mehr Persistent, als ich erwartet. Warum nicht erklären die Situation zu diesem Mann, Riku? Das tun kann tatsächlich sein, dass unsere... Warte mal, bist du Maleficent? Jafar, Black Jasmine, los! Keine Chance. Sie sehen, sie ist eine Prinzessin. Eine von sieben, die in einem Moment halten die Schlüssel zu öffnen die Tür. Öffnen? Die Tür? Aber Sie füllen nicht leben, um zu sehen, was außerhalb es liegt. Genie! Mein zweiter Wille! Sie sie! Genie! Nein! Entschuldigung, Al. Derjenige mit der Lampen kenne die Schlüssel. Ich habe keine Wahl. Nein, Genie! Hm? Komm nicht ab, du Feigling! Uh, uh! Scheiße, runtergefallen. Jafar ist eigentlich mal unser Ziel. Weil Genie ist nur da, um quasi uns ein bisschen abzulenken. Er will uns ja eigentlich nichts tun. Er will uns ja eigentlich nichts tun. Uh, uh! Das Sound-Sam wird so geil. Oh ja. Er steht halt immer so geil da, dass ich dann halt echt immer runterfall. Schon okay, Genie. Ich weiß, was du nix dafür kannst. Ich weiß, was du nix dafür kannst. Er war hier! Oh! Ich hoffe, ah, du geile Sau! Komm! Ich steck dir mein Schlüsselschwert in den Arsch! Ich weiß, du willst es doch. Hau nicht ab! Ich liebe dich! Hi! Du denkst mir doch eh nicht. Blablablabla! Komm! Ach, scheiß Dreck! Komm! Oh, geschafft! Irgendwie ging es ziemlich schnell weg. Guck, da stand Eis. Wurde zu Eisrahn. Also wir haben schon die nächste Stufe von Eis erlangt. Aber da ich Angriffszauber so gut wie nicht nutze. Ist mir das eigentlich einerlei. Genie! My final wish! I want you to make me an all-powerful Genie! Oh no! Das ist jetzt relativ ungeil. Okay. Hinterher. Hui! Die Lampe. Wir müssen Jafar die Lampe abluxen. Also Jafar an sich können wir nicht besiegen. Wir müssen die Lampe besiegen. Also wir müssen die Lampe kriegen. Da wenn wir so ein Level nicht runterfallen können, können wir eigentlich die ganze Zeit auf die Lampe drauf boxen. So. Komm her. Der Kamm ist eigentlich relativ einfach. Wir müssen einfach nur Jafars Angriffen ausweichen und hier verändern sich halt immer wieder die Ebenen. Das ist ein bisschen schwieriger macht die Lampe zu kriegen, aber eigentlich müssen wir neu Iago hinterher. So. Und geschafft! Wie gesagt, relativ simpel. Okay Jafar! Back to your Lampe! Das war's für heute. Jasmine? Jasmine! ... ... ... ... ... So und jetzt die Flucht aus der Wunderhöhle, das ist ziemlich geil. In dem allerleden Spiel für Sega Saturn und SNS gibt es das ja auch. Ich finde es hier irgendwie wesentlich geiler. Alles cool. So, schon sind wir draußen. Aber Jasmine ist leider verschwunden gegangen. Esmin ist also nicht mehr in Agrabah. Zora, lass sie uns suchen. Tut mir leid, aber ich kann dich nicht mitnehmen. Warum nicht? Ich wünschte, wir könnten. Aber es geht nicht. Wenn wir ihn in eine andere Welt mitnehmen, heißt das... Ein Fisch... Einmischen! Aladin, wir werden Jasmine finden. Versprochen. Aladin, wir werden die Flucht aufbauen. Hallo, du hast noch noch eine Wünschung? Schau, nur sagen die Wünschung. Ich versuche, mich zu finden Jasmine für dich. Ich... Ich wünsche dir deine Freiheit, Genie. Al! A deal's a deal, Genie. Now you can go anywhere you want. You're your own master. But if you can, it'd be great if you could go along with them and help Sora find Jasmine. Hmm. Sorry, Al. I'm done taking orders from others. But a favor? Now that's entirely different. I guess I could give that a try. After all, we're pals, right, Al? Genie. Just leave it to me! That smarmy vizier could have had him. If someone had stuck around to give him a hand. Hey, I did my part. I brought the princess, didn't I? Jafar was beyond help, consumed by his own hatred. One should be aware of letting it burn too fiercely. Whoa, 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 lighten up. I'm as cool as they come, okay? By the way, Kit, have we got something special for you? Huh? We had a deal, yes? You help us, and we grant you your wish. Carrie! Go to her. Your vessel is waiting. Just remember, this is no pleasure, Kuz. It won't be a pleasant voyage. Why are you doing all this for me? What's the catch? Catch? What's the catch? Silly boy. You're like a son to me. I only want you to be happy. I seriously doubt that. Believe what you wish? But lest we forget, I kept my end of the bargain. Die grüne Tee hat euch erlernt. So, aber bitte finde die Jasmine für mich. Klar, tu mir doch locker. Ich überpegel gerade ein bisschen. So ist besser, glaube ich. Okay, dann speichern wir erstmal. Alright, Boys und Girls. So, wir haben es jetzt geschafft. Wir sind erstmal durch mit der Welt von Aladin. Ich würde sagen, in der nächsten Folge sehen wir uns dann wieder und besuchen andere Welten. Ich würde jetzt offline erstmal nochmal ein bisschen grinden gehen. Und dann sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Kingdom Hearts Final Mix. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Haut rein. Und dann gehen wir uns eine Glückwun发 ab und dem B is ein bisschen mehr fledgede vill dan Ну da das also geht dann rein. Und dann gehen wir uns dann zurück. Knall noch mal that und dann gehen wir uns dann. Das aconteceu von der Welt rồi.